Mach's schnell, dann komm ich hier nicht mehr rein Ich räum erstmal mein Back ganz kurz auf Lash muss auch noch da sein Warum krieg ich einfach Damage? Ich hab auch irgendwie einfach random Damage bekommen eben Keine Ahnung Wo die Nose Wo diese Fahrstuhlmusik, ne? Betrabbeleist sie Leute hier sind ganz vor diesen kleinen Pixies Oh die Pixies sind noch hier oben Was ist das für ne Rüstung? Warum soll ich die Rüstung anziehen? Wie besser ist das deine? Black was ist das für ne Rüstung? Ey das interessiert mich nicht Wie dann? Also von Draconic Evolution Gibt noch was? Gibt mich da gar nicht Ja dann stirbst du nicht Ich stirb dann so ne Dann sind wir alle quasi unsterblich Iiii ekelhaft Ja mon, Guardian of Gaia Ja geil Vielleicht den ersten Hit First Hit Lass ihn kommen Du kannst eh nix machen Lass ihn kommen Wo ist der Boston? Was willst du eigentlich schon wieder hier? Wo ist er? Da war er Der ist so schnell, ne? Der ist so schnell, ne? Der ist extrem schnell, ja Guck mal seinen Lebensanzeiger Geht die mal runter, seht ihr das auch? Jaaaa Ja, weil der in der Wand rumbackt Na Der nimmt Schaden ohne dass wir was machen Da war ich Was schießt der hier durch die Gegend eigentlich? Glitze Findet ihr auch das aus wie ich? Die sehen so aus wie wir Nice Achso Das ist das gleiche Ebenbild wie wir Ihr gönnt sich den Skin Legt ne graue Layer drüber Boah, ich muss die Musik leiser machen Box ihn durch die Gegend Oh, WTF Bin ich raus geflogen irgendwie? Naja, keine Ahnung Du stehst so doof in der Gegend und wenn nicht Ja, wolle ich Wo hast du da eigentlich die ganze Zeit? Ich wolle grad Ich wolle Ja, du Ich versuch den ganzen Abend in der Spawn zu krippen dann Ja, das Du glaubst doch nicht, dass der wie der Erste immer da drauf spawnt Doch Ja, aber nicht immer Ja, weil Geil Wahrscheinlich wenn man in der Nähe ist nicht Ihr müsst die Pixies auch platt machen und die Nerven auch ganz schön Oh, ich bin einfach mal wieder dreivokum Ich werde mich auf einmal irren Boah, aber der hält auch einige mehr aus als der Erste Gäbe ich noch? Ja Ja Du bist wahrscheinlich schon weg und da passiert nichts Dass du einfach nur angezeigt wirst mir nicht Ah So, ich leb wieder Da Da Oh Nein Hast du kein anderes Schwert Black? Nö Ah Danke Black Black Dein Schwert ist kacke Nimm das Feuerding raus Nimm das Feuerding raus Das kann ich nicht Das kann ich nicht Natürlich, disincharter Ja Sorry, dann machen wir ihn mal ein Ich hab keinen Bock das zu machen Boah, der kann nicht mehr Ich meine die Mana Tablets erstmal leer sind Hallo? Wie? Ich hab mich schon gewundert warum ich grad Schaden genommen hab Ja, meine Tablets sind leer Da ist er Ja, meine Tablets sind leer Der Wiserfick ist mies Es geht durch Rüstung Mhm Hallo? Echte scheiß Stelle dafür Was wir nicht durch die Gegenporten würden, wenn wir oben wären? Nein, er wird in diesem Kreis bleiben Ja Weil er keine Ebenen drüber hat Das hier hat ein Taleb Aua Du kannst hüsten Du kannst hüsten den Raum ganz klein lassen, dass er immer in der Wand bleibt Oh, jetzt kommen jetzt wieder Mobs Wow Das ist so demanding So demanding? So demanding Das ist so unglaublich stressvoll I am shocked Hupf Hupf Hoia Nein Vergiftet Und Feuer Und Feuer Hupf 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 froh Hupf 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 Black, du hast doch Ahnung von Draconic Evolution, ne? Ja, eigentlich schon. Kannst du mir diesen komischen Energiekern hier oben mal anschließen, bitte danke. Lass mich anschließen. Ja, dass ich da Strom rein und raus machen kann und mir erklären wie hier. Äh... Am besten, also... Wie war das nochmal? Äh... Mach dir mal... Braucht ich noch dafür... Lenny hat das ganze Scheißzeug, ne? Ne, ne, du musst... äh, das musst du extra machen. Hä, was... hä? Ne, Lenny hat das ganze Zeug dafür dabei, er meinte er hat genug Zeug. Wusste eigentlich, ja? Genau, wie jemand oder so? So, die nächste Festplatte. So, muss ich dir mal eben was zu essen machen. Ja, vielleicht lass die Jube nur noch raus, bin mal eben kurz weg. Jo. Ich muss mal noch eine Flaschplatte... eine Flaschplatte anschließen. Flaschplatte? Flaschplatte? Ja. Die nächste. Eine Doofbackenbacke. Eine Doofbackenbacke. Äh... Jetzt eine 16 Millionen... 4 Millionen... So. Ich kann ja auch um die Flaschplatte zu. Wie nix. Äh, was braucht ihr denn dafür? Vorsicht, Vorsicht. Okay. Boah, ist ja einfach. Wer hat die ganze... Hä, war noch mehr Wizard Köpfe drin? Hat irgendeine Wizard Köpfe rausgenommen? Hä, wo? Wer kann das denn wohl gewesen sein? Woraus? Ich hab doch vorher noch... Ich hab doch vorher noch... Ich hab doch noch vorher im MME-System grad welche reingeworfen. Ich nicht. Toll. Na ja, da muss ich... In meiner... In meiner Kiste eben von... Gaia die ganze Nacht... Ja, und einer... Und einer hab ich rein geworfen. Einer war im MME. Ist doch einer im MME. Ja... Warte mal... Mindestens drei. Keine Haus genommen. Ich hab's nicht... Ich hab's nicht... Ähm... Da fehlt... Vielleicht wird die Brüsten zugeworfen, weil das ist monumental voll zu... zugemüllt. Gucken nach Leder, das mach ich mal alles aussortieren. Leather. Ja. Sag mal was. Iron Rüstung. Ne. 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 Ich hab mir die Tarya Flügel gemacht. Welche Flügel? Die Flügel... Brauchst du dafür nicht nen Nether Star? Nein. Okay. Flügel-Tiara, dafür brauch ich nämlich die Ender Airbottel, die Gaia Spearwills, Elementiuminget und Federn. Ach so, ne. Ich hab mir die Dings gemacht. Ähh... Angel Rear, Ring. Ja, ich weiss, was du ja gemacht hast. Voll geil, ja. Ich kenn die Dinge. Ja, hier. Ich hab Phhoenix-Flügel. Oh, die sehen geil aus. Kann ich... Kann ich mal kurz haben? Ich geb dir's wieder. Nö. Du kannst in der Zeit mal ein Ding jetzt haben. Damit ich auch wirklich wiedergebe, okay? Und stirbt halt, arme Junge. Ich bring einfach Lava, mach ganz neu. Nein. Warum kannst du die eh nicht benutzen, solange du kein Manus-Tablet bei dir hast? Ich will doch nur wissen, wie die aussehen als alte. Wie heißen die? Tiara, aber die siehst du so, die Flügel nicht. Ja... Flügel-Tiara. Flügel-Tiara. Ah, Tiara...